Ganz weirrt. Also. Die können late invaden, ne? Boah. Ich werde mich zur Top-Side junglen, die können late invaden dort sein. Da müssen wir drauf aufpassen. They will farm Bitcoins in our tower. Talon ist der Jungler von RNG. Ja. Klappen wir. Ist jetzt ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Huh. Hmm. Frog der Ehrenmann. Und wieso haben die mir jetzt so einen Kackpull gegeben? Schon sehr unsympathisch. Okay. Keep turning up the heat. Ist echt zu kalt einfach. Soll ich schon einen schönen Level 1 Gank-Botlane machen? Äh, Level 2 Gank-Botlane? So. Wir könnten Mitte zum Beispiel ganken, nachdem wir... Ist das so ein Talon-Ding, dass die eigentlich meine Top-Side invaden, nachdem sie ihre Top-Side gecleared haben? Weil dann könntet ihr das jetzt ja gerade wieder machen, ne? Oh nein, ich hab die Queue auf den... Das hat mein Clear-Speed gerade ein bisschen geintet. Oh, einfach mal gucken, was geht. Oh, nein. Geiler Track jetzt. Oh, Mitte. Mitte sind jetzt die richtige Free-Gangs. Sollen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das irgendwie abusen können. Der hat auch wieder eine Pushing Wave, wie ich das hier betrachte. Botlane müssen wir halt erstmal aufgeben. Sie wird erstmal geopfert, so grundsätzlich. Ich war noch nicht back, das ist natürlich ein kleines Problem. Das ist mir sehr danach aus, als der Vision hat. Oh, der Talon intet. Nice one. Insane. Okay. Sehr gut. Wer war das nochmal? Wie haben die performt? War nicht so gut wahrscheinlich, ne? Wenn der so, so intet. Ist der vielleicht noch ein bisschen sauer quasi von dem, was passiert ist. Könnte ja sein, ne? Ei, 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 ei. Okay. Der geht direkt wie der Bot. What am I watching? Ei, 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 ei. Der hat das, glaube ich, einfach gehört, was ich gesagt habe. Da redet die Scheiße auch, ne? War auch nicht gut von mir. War schon sehr schlecht. Oh, aber das können, das können... Wait, warum geht es die da weiter? Warum gehen die da weiter? Kammer ist geflasht, ne? Mal luki luki machen. Ah, die ist weggerannt. Okay. Ah, shit, schon wieder. Wieso denken denn Leute, dass ich auf der Frontpage bin? Ich brauche so einen Frontpage-Command, glaube ich. Der erklärt, dass ich nicht auf der Frontpage bin. Das ist die Startseiten-Rotation. Meine Freunde, okay. Wenn ich nicht mindestens 2000 Zuschauer habe, dann werde ich nicht auf der Frontpage sein. Okay, das kann ich euch so versprechen. Mitte hat kein Flash, ne? Das hätte ich weiter abusen sollen. Jetzt gucke ich mal, ob ich Anime-Red-Buff invaden kann. Auf Timer. Bin ein bisschen spät da. Aschloch. Aschloch. Okay, ich sterbe. Aber das ist fein. Der verliert wieder. Wir haben Shen-Ult raus. Ich habe Shen-Ult nicht bedacht, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch erst mal nur W'n sollen, weil ich weiß ja, dass die Stun-Karte auf mich fliegt. Also W' ich nur nach vorne, habe dann noch keine Tyrodacro und kann dann und kann dann kann dann die Q auf ihn werfen, wenn er die Stun-Karte raus hat. Krass, dass der mich so one-shotten kann, ne? Gut, war gut von ihm. Hätte ich mit rechnen können, ne? Wir wussten, dass Talon-Bordzeit ist. Wo läuft denn er lang? Hier hätten wir jetzt Riven-TP, ne? Das wäre sexy gewesen. Ah, das ist das Problem, ne? Ich bin ja noch nicht Six. Diese Pushing-Bot-Lane. Dann haben die auch noch Pryo-Mitte. Ah, die sind so low. Ich würde die so gerne töten, man. Hm. Okay. Ah, ich bin leveltechnisch gerade ultra behind. Ah, die haben jetzt nach Top geswappt. Puh, das ist schon ganz schön tough. Tough game auf jeden Fall. Boah, die haben halt schon ein sehr, sehr gutes Team. Twisted Fate, Shen und dann so eine super hart Pushing Bot Lane. Keiner ist toppling gerade. So bad. Oh. Oh oh. Oh. Okay. Oh, es reicht nicht. Der Damage reicht nicht. Oh mein Gott, ist das hier close alles. Oh. Ah, ich bin so behind, ey. Fuck, es ist so viele Sachen so close, die können auch einfach für uns ausfallen und dann, dann ist das ganze Game anders hier. Oh, die sind so stark, so unglaublich stark. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. Nice Haben wir schon mal ein bisschen Zeit bekommen, ne? Mit dem Drachen Ich meine, wir scalen mit Vega, Ezreal, Yumi Scalen wir halt richtig gut, ne? Ja, die werden jetzt Harold noch mitte setzen Ah, ich hätte reingesollt eben Okay, wir können auch mal An ally has been slain. You have slain an enemy. Nice. Ja, wir können echt viel mehr trauen. Oh, nice. Nice. That's huge. Also, das ist ja ultra-huge. Nice. Wow, das ist gerade so wichtig, was hier passiert. Oh, nice. Nice one. Hm, richtig gut. Ja, wir können uns echt mehr trauen. Und gerade wenn es nur Caitlyn Karma sind, dann auf jeden Fall. Ja. 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 Ich bin gewiss. Okay Decent Ahaha Ich hab meine Q gemisst Ich muss die doch nur treffen Wir haben einen Shutdown auf Caitlyn bekommen Nami, äh Nami sag ich schon Yumi hat den bekommen, ist fein Wenn Yumi Gold hat Ist das auch gut Also auch nicht schlimm Der Kick war juicy Ich hätte aber nicht Qen sollen so früh Sondern Das war's für heute Nein, keine, 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 keine. Serpentsfang muss ich gehen, ne? Serpentsfang muss ich gehen. Ah, ich integre gerade, ne? Ich integre gerade. Gibt auch gar keinen Grund da zu fighten, so. Ist einmal, ist einmal, ist einmal schlecht. Yo, Yumi, Vega, Ezreal, Scalen einfach rein. Ja, die ist schon true so. Also wie soll, also ich kann, ich kann nicht so Place forcen. Hm, das funktioniert nicht. Okay, Ghost. Na, wenn er da kein Ghost hat, ist er tot, glaube ich, ne? Hä? Wie hat die Q bitte nicht getroffen? Ah, dass die gehittet worden ist. Eine Tragödie. Ja, die können nicht siegen. Wenn wir einen Vega haben, können die nicht siegen. Ne? Ja, dafür brauchen wir halt auch den Vega bei uns. Sonst läuft das nicht so. Loll, die Yumi ist auf mich gesprungen und ich bin auf sie gesprungen. Aber gleiche und ich bin auf sie gesprungen für den Nachkrank. Also ist er eine große Rolle. Ich bin auf sie gesprungen und ich bin auf sie gesprungen, Nice Ich habe meinen ersten Watcher ein bisschen verkackt Ich habe meinen ersten Watcher ein bisschen verkackt Ja, vielleicht hätten wir da nicht weitergehen sollen Ja, ja, ja Your turret has been destroyed Dallon nimmt da gerade mein Camp Das ist sehr schade Ja Hm Siegchen die jetzt hier? Oder spinny finnash Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Nice one Oh, wichtiger Kick Ja, ja Nice one Let's go So, ich gehe jetzt Serpents hängen Das reicht mir Das reicht mal jetzt Sage mal Okay Los Leute We got this We got this Ja, was macht Was macht denn der Der liebe Froggen Der liebe Froggen Oh my god Fuck Null 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 gecheckt Null gecheckt Dass die Q auf mich aimt Aber Ezreal Yumi Vega Das sind sowieso die drei wichtigsten Die wir haben Riven und ich Sind einfach nur so Einmal dabei Okay Okay Die werden jetzt gleich böse geflankt Ja Aber neister Schaden Uuhuhu Hä Hat die YumiQ die gerade Half-Life gemacht? Hä Hä Es war Ludens einfach nur Full Damage Yumi Das ist ein Ludens Und ein Champ Tech Putri-Fire Oder Putri-Fire Also das hier Not even close full AP I'm dead Oh Ja Oh guck mal Warte mal Ich geh zurück nach Hause Wo du herkommst Oh Baby 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 Uuh Baby Komm Junge Ich boxe dich weiter Kaputt Geh zurück Wo du herkommst Nice Avenue Champs Link mit dir Junge Nice Am Ende noch mehr Kills als Äh Deaths Victory Oh 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 Nice Stark Gutes Game Also ich hab's echt geintet Aber mein Team hatte mich Mein Team hatte mich Getting bit out damage Damaged Yumi hat einfach mehr Damage Gewalt Als Ezreal Junge Yumi ist ja so Ein geiler Champ Vander $1